Hallo Leute und willkommen zu meinem Let's Play Happy Wheels. Das ist meine erste Aufnahme zu dem Spiel und ja, mal gucken. Wir spielen als erstes Chaos City. Wir müssen einen kleinen Charakter nehmen. Pogo Steak Man? Ne, ist nicht klein. Ripple Man ist auch nicht klein. Ja, scheiß drauf. Nehmen wir die fette Ursula. Ja, okay. Geht's los. Wow, was ist denn jetzt los? Alter, Jim und deine Klöten. Tu es nicht, nein. Zum Glück konnte ich ihn dran erinnern. I, da bin ich ja. Was geht denn jetzt ab? Das war mein Klon. Ich glaube, es hakt. Hm, okay. Ein Strauch. Ja, wir haben so ein Ding zwischen den Hals. Auch geil. Wir kommen nicht voran. Na doch, jetzt geht's. Ja, der scheiß Aktenkoffer stört uns, weiterzukommen und let's go. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Das passiert im Krieg. Wir nehmen einen anderen Charakter, der ist mir als erstes viel zu lange, wenn man als zweites ist. Ja, ist ja zu fett. Nehmen wir hier Indiana Jones. Ja, das sollte nicht passieren bei uns, Indiana. Darf's zurück. Dankeschön. Komm. Ja, nicht rausspringen. Nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Was geht denn jetzt ab? Wo kommt die Strauche? Ja, okay, gut. Fail. Andere Charakter schnell. Äh, wir nehmen und zwar, wir nehmen, wir nehmen, ähm... Susi und Strolch nehmen wir hier. Vollgas. Oh, 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 oh. Oh, mit Susi und Strolch geht das hier nicht so gut. Ja, du darfst fahren. Nein, oh. Gibt Gas, jetzt, danke. Na, ich glaub, die Maus stört ein bisschen. Schmeiß den Penner um. Jetzt Vollgas. Für die Liebe. Okay, doch nicht. Okay. So, letzter Versuch. Dann nehmen wir einen anderen. Ich glaub, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Okay, gut, gut, gut. Das war... Ich hab ein bisschen... Gefällt dir. Wir lassen nur erstmal diese verrückten Mongolisten da laufen. Ja, und jetzt bremst mein Typ nicht. Ist sehr freundlich. Und jetzt geht's los. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Nein! Oh, Mann! Was soll das? Ja, äh, schmeiß einfach hier... So, next character. Wo ist Pogustick Man? Pogustick Man ist einer meiner Lieblingsfiguren hier und... Die Maus, würde ich mal sagen, steht immer noch und ja. Uff, da kommt ja schon das Ding. Was geht jetzt? Scheißdrecksding. Hat er keine Rückenschmerzen? Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Okay, okay. Oh, chill, 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 deine Glüten. Geil, 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 geil. Komm, 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 komm. Pogustick Man, du bist ein Hengst. stirbstau stirb ich glaube das sind doch Sträuche ich weiß nicht wie die Dinger heißen oder Kakadus oder so nee Kakadus ist was anderes egal okay okay wir hängen das ist nicht so cool na okay gut Leute Dankeschön fürs Einschalten bei der nächsten Folge gibt es mehr von Let's Play Happy Wheels mit Magimai Tschüss